Hi Leute was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Leute, vielleicht habt ihr es ja schon selber bemerkt. Wir haben endlich die 100 Abonnenten geschafft. Was bedeutet, dass das hier jetzt unser 100 Abonnenten Special ist. Ich habe es ja auch in manchen Videos schon mal erwähnt. Wir werden jetzt im 100 Abonnenten Special 5 unserer Outdoor-Progress Capys verlosen. Die werde ich euch gleich noch vorstellen. Auf jeden Fall könnt ihr die Capys komplett gratis gewinnen. Ihr wirst nichts dafür zahlen. Dann werde ich euch in diesem Video erklären, wie die aussieht. Und was da so alles dran ist. Dann werde ich euch erklären, was ihr dafür tun müsst. Welche Voraussetzungen ihr haben müsst. Und hier mal gucken, was ich euch noch zeige. Über die Capys und über die anderen Sachen. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, viel Spaß mit dem Video. Also Leute, ich habe jetzt hier die 5 Capys liegen. Einmal hier so ein bisschen von der Seite. Von vorne natürlich. Auch mal von hinten. Und hier noch zwei Capys von vorne. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Capy raus. Und werdet ihr euch jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen. Dafür komme ich auch mal ein bisschen näher. Auf jeden Fall habt ihr dann hier das Logo einfach drauf. Hier. Mit Outdoor Brothers. Und dann Youtube abonnieren. Ja, so sieht die dann halt von vorne aus. Auch von der Größe ungefähr. Wenn ihr das erkennt. Dann wie eine Capy nochmal hat. Hier vorne ist dieser Bogen. Von hinten sieht die dann so aus. Ich mache die von oben so. Ich kann euch das jetzt hier auch einfach mal aufmachen. Dann seht ihr auch mal. So. Dann könnt ihr hier hinten. Kommt drauf an wie groß ihr seid. Könnt ihr hier stellen. Entweder was kleiner machen. Oder hier was größer. Ich mache es jetzt einfach mal wieder so. So ungefähr. So. Hinten ist dann halt so ein Netz. Wenn man sie dann anzieht. Also noch so ein kleines Stück Pappe drin. Wenn man sie dann anzieht. Sieht halt so aus. Jetzt ist sie auf fast der kleinsten Stufe. Und passt mir eigentlich sehr gut. Mein Vater hat die gleiche. Und der hat die dann. Dann kann man die halt wieder wie gesagt was größer machen. Dann passt die mir nicht so gut. Auf jeden Fall sieht die halt so aus dann. Die lege ich jetzt einfach wieder hier hin. So. Und das wärs dann mit den Kleppis gewesen. Jetzt stelle ich euch vor was ihr dafür für Bedingungen braucht. Und was ihr dafür machen muss. Also Leute. Ich hab jetzt hier meine Kleppi auch mal angezogen. Und jetzt erkläre ich euch. Wie ihr diese Kleppis gewinnen könnt. Also. Natürlich müsst ihr erstmal ein Abonnent unseres Kanals sein. Das bedeutet. Ihr abonniert am besten jetzt. Direkt unseren Kanal. Damit ihr gewinnen könnt. Okay habt ihr gemacht. Dann ist gut. So. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten für euch. Um die Kleppis zu gewinnen. Erste Möglichkeit. Ihr schreibt unter dieses Video. Einfach einen netten Kommentar. Mit einer Kontaktmöglichkeit. Zum Beispiel euer Insta. Oder. Nummer zwei. Ihr schreibt nur einen netten Kommentar. Äh. Unter dieses Video. Und. Da müsst ihr euch aber auf unseren Instagram. Äh. Account melden. Dann. Werden wir euch das. Werden wir das dann da mit euch klären. Ich werde nämlich. In ungefähr 30 Tagen. Nochmal auf jeden Fall ein Short hochladen. Oder ein Video. Mal gucken. Ähm. Wo ich dann. Die Gewinner verkündigen werde. Und da werde ich dann zum Beispiel sagen. Er und er hat gewonnen. Und dann wird diese Person. Entweder von mir angeschrieben. Wenn sie eine. Kontaktmöglichkeit drunter geschrieben hat. Oder. Sie müsste mich anschreiben. Wenn sie keine Kontaktmöglichkeit drunter schreiben möchte. Also. Das sind dann die Regeln. Dann. Wird dieses Gewinnspiel. 30 Tage lang dauern. Also. Genau. Ein Monat. Wenn ihr wollt. Dürft ihr natürlich auch ein. Zwei. Oder drei Kommentare schreiben. Könnt auch ein bisschen mehr schreiben. Umso mehr Kommentare. Umso eine höhere Chance. Habt ihr natürlich auch. Und. Ich würde dann sagen. Das war es dann schon mit dem Video. Also. Schreibt gerne unten drunter. Wir würden uns sehr freuen. Ciao.